Von Zeit zu Zeit wird Ihr Kaffee-Vollohrkommat Sie auffordern, eine Reinigung zu starten. Die Reinigung ist wichtig, denn sie liegt im Entfetten der Siebe in der Brüheinheit. Sind die Siebe verstopft, wird kein Kaffee mehr durchfließen. Um die Reinigung durchzuführen, haben die Geräte für gewöhnlich einen Reinigungsmodus. Um diesen Reinigungsmodus zu starten, schauen Sie jeweils in die Gebrauchsanleitung Ihres Gerätes. Üblicherweise brauchen Sie dazu Reinigungstabletten. Diese Reinigungstabletten bekommen Sie im Fachgeschäft. Wenn das Gerät Sie auffordert, die Tablette in den Schaft zu werfen, öffnen Sie den Pulverschaft und werfen Sie die Tablette hinein. Schließen Sie den Pulverschaft und lassen Sie den Vorgang bis zum Ende durchlaufen. Anschließend spült das Gerät noch einmal selbstständig und der Vorgang ist beendet. KRIX, Ihr sympathischer Partner in Paderborn. KRIX